Es ist ein sehr schöner Moment im Alltag. Es ist eine wunderbare Überraschung. Und mit dem Reduzierungszucker, ich bleibe gesund und dünn. Wow, du bist schön. Ja, eine Überraschung von meinem Ehepartner. Wenn man täglich viele Stunden überbringen, wunderbar essen, zu vorbereiten, kann man nicht gestresst werden. Ich bin nie auf Kompromisse mit der Qualität. Nicht einmal, wenn ich Essen füge, liegt offen. Kinderüberraschung bringen wir von mir zusammen. Ich liebe es zu sehen, wenn das Laken auf mein Schatz hier erst die Bilder. Das kann man den Kurzraken. Ich bin sehr perfekt für dich und ich habe nie auf Kompromisse mit etwas. Ich bin lebensfrau und ich bin sehr stolz bei der Design. Es ist so einfach. Es weiß und weiß, wie es die Welt sieht und ich mag das. Da ist ein Baum! Nach einem langen Tag mit hart arbeiten, ist Kinderüberraschung der Höhepunkt. Baum! Tofen schlafen! Trotz unserer Unterscheide gibt es immer ein Ding, wo wir einig sind. Kinderüberraschung bringt uns alle in einer besseren Stimmung. Was sonst? Wir lieben Kinderüberraschung!